Du bist Elfie? Genau. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Als Elektriker und Hausmeister. Gut, dass du kommst. Wollte dich schon anfunken. Wo brennst denn? Nun, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute, dank dir hat das Kesselfiertel wieder Strom. Die schlechte, bei der Überführung ist das Stromnetz zusammengebrochen. Da drüben ist es jetzt stockfinster. Also, soll ich's wieder anschalten? Es gibt zwei Umspannwerke. Aktiviere sie wieder. Die Reihenfolge ist egal. Fahr dann die Hauptstation hoch und die Bude leuchtet. Wie ein Weihnachtsbaum. Das krieg ich wohl hin. Aber natürlich. Das könnte jeder Kurier. Es gibt nur ein Problem. Die Finsternis, die dort herrscht, zieht Schattenjäger an. Die strömen nach Sonnenuntergang in Scharen hin. Deswegen habe ich eine Falle gebastelt. Sie ist schon bereit. Wenn du dort den Strom einschaltest, sobald es dunkel ist, können wir einen ganzen Haufen dieser Monster gleichzeitig braten. Wenn's dunkel ist, das ist aber ziemlich riskant. Klar. Deshalb hat sich ja auch keiner freiwillig gemeldet. Aber du bist aus Härte um Holz geschnitzt als die anderen. Zumindest habe ich den Eindruck. Sagen wir mal, ich will helfen. Ach ja? Ein Gutmensch, was? Hoffentlich hast du auch Mumm. Sonst machst du es nicht lange. Okay. 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 Okay.